Glauben Sie alles, was in der Zeitung steht? Ich dachte immer, die Polizei wenigstens sucht sich ihre Beweise selber. Die kriegen wir noch. Sobald wir Altdorf erwischt haben. Wie bitte? Ich höre ja wohl nicht richtig. Sie haben Altdorf noch gar nicht. Und ich denke, der sitzt nebenan. Nein, nein, da sitzt Ihre Komplizin. Meine Frau. Evelyn von Goldingburg. Also, die hat mit der Sache nun wirklich gar nichts zu tun. Welcher Sache? Ich denke, Sie wissen von nichts. Geben Sie sich keine Mühe. Ich falle auf Ihre Tricks nicht rein. Es ist mir schleierhaft, wovon Sie reden. Na gut, dann würde es Sie interessieren, dass Ihre ehemalige Frau gestanden hat. Ach. Das glauben Sie doch selbst nicht. Der Plan war von ihr. Sie haben Altdorf angeheuert und der Rest lief dann genauso ab, wie es in der Zeitung steht. Entschuldigen Sie bitte, aber Sie machen nicht nur einen Fehler, sondern gleich zwei. Erstens, käme meine geschiedene Frau nie auf eine solche Idee, dafür ist sie leider viel zu gut erzogen. Und zweitens, hätte sie so einen Blödsinn nie gestanden. Und ich verrate Ihnen sogar, warum nicht. Weil sie vor nichts mehr Angst hat, als dass ihre so zarte junge Karriere zerbröselt. Also, Inspektor, geben Sie auf. Sie haben nichts. Und Sie wissen es. Falsch. Ich habe Sie. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.